Hey Leute und willkommen endlich zum Dragon Ball Legends Update Video, denn ich hatte heute Vormittag einfach kein Internet. Also konnte ich auch nicht aufnehmen. Leute, heute nur ein kleines Update, aber es ist das letzte Update vor Weihnachten. Ihr seht jetzt noch schön im Hintergrund die Beleuchtung. Ja, ist zum Glück nur ein kleines Update, denn viele von euch, so wie auch ich, haben wahrscheinlich gerade ordentlich Stress. Und deshalb bin ich auch froh, dass heute weniger kommt, damit ich nicht so viel suchten muss. Wir haben auf jeden Fall das lustigste Turnier der Kraft und zwar die Nummer 69, Bruder, 69. Also rein ins Turnier der Kraft. Teamkampf haben wir auch einen neuen. Wir müssten nämlich jetzt Freezer verhauen. Da gibt es auch wieder Medaillen für das Legends Festival 2023, die wir ständig sammeln müssen für gewisse Belohnungen. Also auf jeden Fall den Teamkampf mindestens dreimal am Tag auf Experte machen. Ist nicht schwer, rein da. Und es gibt auch eine neue Ausrüstung für Bardock, sich zu holen. Kakarot, oder? Das ist Bardock, oder? Hm, prinzipiell für Saiyajin. Oh, okay. Ah, wenn Bardocks Teamkampfmitglied ist, Fernangriff. Uh, uh, okay. Son Goku-Kampfmitglied ist, uh, okay. Ist eine interessante, coole Ausrüstung. Sollte man sich auf jeden Fall holen. Im Teamkampf, macht man das so dreimal täglich, wie gesagt. Charlotte-Verstärkungs-Missionen sind da. Was, warum die damit meinen denn? Ähm, es gibt sowieso die ganze Zeit diese Teile hier. Aber ja, was stimmt, was ich gerade oben sehe? Oh, versuche ich nach Abschluss der Anfänger-Missionen an den Charlotte-Verstärkungs-Missionen. Richtig. Und zwar gibt es dann nämlich eine neue Ausrüstung. Die hier unten. Die ist göttlich. Die auf jeden Fall sich holen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die braucht man auf jeden Fall. Also zockt auf jeden Fall die Charlotte-Events und holt euch das neue Ausrüstungsteil. Ähm, was gibt es noch hier? B-b-b-b-b. Die Banner sind noch da, klarerweise. Genau. Der nächste Raid-Boss ist ab heute da. Und zwar auch der letzte. Ja, der letzte. Non-Stop-Raid-Boss ist da. Cheeren ist es. Den hauen wir wieder aufs Maul. Gibt wieder insgesamt dann 700 Zeitkristalle. Natürlich machen die neuen Charaktere, wie ihr seht, am meisten Schaden. Beziehungsweise geben auch am meisten, ähm, Drops in Hinsicht der Festival-Raid-Medaillen. Ähm, aber auch hier seht ihr uns zum Beispiel die Drop-Menge. Auch mit dem älteren Gohan geht es noch und so weiter und so weiter. Oder mit dem Tag-Team Goku und Freeza, mit, ähm, Legend-Limited, Bardock und so weiter und so weiter. Also ja, auf jeden Fall, der Raid-Boss ist da. Rein da in den Raid-Boss. Dann jetzt endlich ist wirklich die Zenkai-Erweckung von Bardock da. Beziehungsweise, was ich letztens nicht versprochen habe, die, ähm, Zenkai-Rush-Battle-Mission. Die sind noch da. Also die kann man jetzt zocken auf jeden Fall. Rein da bei Bardock. Und was man nicht vergessen darf, die Abenteuer sind neu gestartet. Die nächste Woche sozusagen von, ähm, Legends-Festival-Abenteuern. Die geht auch weiter, nicht zu vergessen. Ja, Ultimate Picker, Blimit Break, die Banner. Das sollte man sich auf jeden Fall eher sparen, würde ich mal sagen. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall, Teamkampf zu der Kraft wieder reingehen. Dann, wie gesagt, zack, hier den, den neuen Raid-Boss zu machen. Joyce-Battles wie so immer. Und genau, hier, Zenkai-Rush-Battle mit Bardock rein da. Auch wenn ihr ihn nicht auf sieben Sterne habt, ne, Legends-Limited-Bardock. Egal, macht es trotzdem, zockt es trotzdem. Es macht auf jeden Fall Sinn, damit ihr ihn irgendwann dann Zenkai erwecken könnt. Tut es auf jeden Fall, also bitte, bitte. Beschwörung, wie gesagt, ich würde aus den zwei Bannern nicht ziehen. Also aus dem Limit Break-Banner, ne, würde ich mir sparen, natürlich. Und aus dem Ultimate Picker-Banner würde ich mir auch sparen. Also ganz ehrlich, weiß nicht, was das soll, warum, ne. Eine Sparking garantiert, ja, aber, weiß nicht, lohnt sich jetzt nicht so. Ich bleibe bei dem Banner, dass man den hier eher ziehen sollte, den hier eher ziehen sollte. Oder wenn man wirklich ganz viel Glück haben will, dem Banner, weil, ja, ne, wenn man ganz viel Glück hat. Denn aus dem Banner gibt es ja nur eine neue Legend-Limited. Wenn ihr möglichst viel für eure Zeitkristalle haben wollt, wollt ihr hier Gohan und Gotenks neu. Oder das Tag Team und Golden Freezer neu. Und sonst, ja, wie gesagt, Turnier der Kraft auf jeden Fall. Die Abenteuer auf jeden Fall neu gestartet. Die Missionen sind wieder da. Bitte nicht vergessen hier, Event. Genau, das Rate-Up-Zeichen, letzte Rate-Up-Zeichen gibt es ja auch noch dann. Die Non-Stop-Rate-Aufgaben sind natürlich auch hier. Ihr seht es nur neunmal, also ihr müsst es dreimal, jeden Tag dreimal spielen, dreimal täglich. Und dann kriegt ihr das letzte Rate-Up-Zeichen. Die Festival-Missionen laufen auch noch natürlich. Aber ich suche gerade, äh, nicht blöd. Abenteuer, hier, die Abenteuer, genau. Die Abenteuer wieder 180.000 sammeln in den nächsten sieben Tagen. Ich glaube auch, das sind die letzten Abenteuer, oder? Oder haben wir danach noch eins? So oder so, macht wieder eure Abenteuer. Am besten einfach immer die sieben Stunden und einen 24-Stunden-Abenteuer. Ich will jetzt aber nicht zu lange quasseln. Ich habe Angst, dass mein Internet bald wieder weg ist. Ich lade das Video schnell hoch. Kleines, feines Update, kurz vor Weihnacht. Wenn es euch wieder gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zugucken. Haut rein, Bruderfass geht raus und ciao. Danke fürs Zuschauen.